Denn ich habe neun Monate keine Gangbeast mehr gestreamt Deswegen kommt jetzt ein musikalisches Intro und ich weiß nicht warum ich das gerade mache Denn mein Stuhl quätschelt und bellt, krass Ja, keine neuen Designs? Es gibt keine neuen Designs! Ich heul. Gaybeast. Ja, geh heulen. Diss-Track. Nein, Spaß. Diss-Track? Diss-Track, oder? Sky-Gay macht den ja. Diss-Track. 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 Mit dir will ich auch nicht, Friene. Diss-Track. Der mexikanische Metz-Kommel mit! Ja mit... Wisst ihr noch, der mexikanische Metz-Kommel mit? Mauno, wie heißt das mal? Oh, bin ich drin? Ähh, ne, noch nicht von mir. ich bin der prügelnde willi ja das sieht man weil bei dir packt das immer ich muss der prügelnde willi sein stimmt erinnert man noch mal seinen charakter ja ich habe direkt bereit gedrückt deswegen eine halbe künftige machten ich bin muss nur ich bin immer im mexikanischen mattkommand dem sein so bläden wo sein leben willi zum brügelnde ist netter der prügelnde willi hell was das denn für ein achmet kennst du diesen weißt du noch wie dieser freute der dreizehnte charakter der mit dem afro flinkenstein oder so hieß der sich genauso aus mit einem kompletten auch gott aufzüge heilige mutter maria ich muss ich weiß die steuerung gar nicht mehr ich schau dir deine blöde ich wusste ich habe den kopf auf den folgen die stelle ich stecke fest ich stecke fest ich stecke fest ich stecke fest ich komme nicht weg ich stecke fest Ich steck fest! 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 Ich bin ein Gubi! Hilfe! Ich steck fest! Ähm! Hilfe! Mann, und helf mir! Ich komm hier nicht her! Ah! Ah! Warum komm ich denn jetzt raus? Ich hab keine Sounds an! Äh, ich muss jetzt runter! Ne, ich muss mal, warum hat die Stimme so komisch ist? Ich bin heißer! Oder krank halt! Äh, äh, äh! Ich muss hier raus! Ich war... Danke! Yay! Der Steck... Der Willi, der feststeckende Willi hat's geschafft! Digga, wir gehen die Steuerung noch mal, Marlon! Oh, der Ring! Oh, der Ring! Mal, und hier kennen wir uns ja aus, ne? Warte, lass mich mal eben in Ruhe! In Ruhe, ich muss mein Sound einstellen, weil ich höre keine Sachen! Ja, ja, aber meine Kamera ist die ganze Zeit auf dich gerichtet, ne? Das heißt, wenn du stirbst, dann sehe ich auch nichts mehr! Hecht's? Ja! Ich seh mich zum Beispiel grad nicht mehr! Meine Kamera ist die ganze Zeit auf dich gerichtet! Wow! Ich kann nichts machen! Ich seh mich nicht mehr! Meine Kamera ist die ganze Zeit auf dich gerichtet! Dann, äh... Home Sohn! Wuh! Gleich! Uah! Der Versteckende Willi! Home Sohn! Ah! Wie ging das? Bei mir ist Polster einfach der nackte! Der ist nicht mehr! Der ist nicht mehr! Der ist nicht mehr! Der ist nicht mehr! Ich mach's ab, mich! Oh ja! Boah! Mexikana! Ich kann die Rollen bitte noch mal verlassen! Ja! Meine Kamera ist die ganze Zeit auf die Himmel gerichtet! Hey, das ist dein Pissen! Der will noch mal heranbauen! Wer jetzt und wieder nur auf den Beruf! Ja, okay der letzten.... Ich hätte öf點 öf . Er kann mir. Bis auch Öschine! Ja, ist auch Öschine! Na ja. Nein! Ich lade damals noch mal ein! Geht doch mal los! Ich seh her dass nicht! Öschine! Ja! Hösch! ich sehe dich endlich also hin wenn ich das jetzt harald ich dachte ich dachte immer was noch der pulle ich der bruder mit zwei bedeutungen nicole mangels alles klar der reifte rüdiger rentner oder so die ober du hast gerade im greif zuschauer alter was machst du denn ein nachter ich weiß noch das glückspack und das gab es dominik das ist dominik ich bin ich mich selbst ich habe dich erstellt guck dich davon hat der maul ist keine ich kann den last geben muss zugeben wollte sehr aus wie du bin denn dann wenn ich wollte so lieben dann sieht aus wie du warum steht immer und er verstehe das nicht warum steht da ich immer und er ich bin ich und er ich bin 4 3 2 1 geht die partie aus dem noch anders und so stimmt der nackte hat gewonnen bei mir lagst du auf dem boden schon die ganze zeit nö ich war auch nicht auf dem boden ich war die ganze zeit um an der werbetafel ich habe mir auf dem boden auf deinem hut jetzt nicht mehr schiebt der nackte hat sich mit runtergezogen ja ich finde ich voll geil ich wollte ich trotz auswählen wer weißt du auch der fehl in deinem stream wo der laster geplatzt ist der laster das meine ich lebe hier auf den pummel was auf der kummel ich komm mal mit hoch ich weiß nicht mehr wie die steuerung geht du machst so wie du festhältst ach so ich dachte ich kann nur greifen mit was mit kreis irgendwas ich lebe ja auf die höchste werbetafel geflogen das scheiße ich finde es lustig ich finde ich jetzt wollte ich finde es geil aber du bist auch nicht gerade eine geile was er ziemlich nie mehr mit den tot reich hat sich warum ist es nicht gleich hier ich habe die kopf ich habe mich doch das die ganze zeit mit er lebt doch noch was mache ich hier eigentlich tritt nicht immer hier sein ich habe dich gewarnt ich hab's gewarnt was du kopf du hast nur ein basketball helm auf oder was auch immer das ist basketball vor allem baseball was was hat er jetzt die ganze mit dem tod wenn ich jeden kämpfe das hat ja aber du bist auch nicht gerade eine geile ich wollte gerade ich wollte gerade kreis gedrückt halten ja ich habe schon wieder mit dem tod was hast du dagegen das macht viel spaß ich habe ein stubert bei mir bin ich am anfang des menschens einfach nach vorne gerade auf dem boden gefällt ich dachte ich werde es raus hä 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 ich check sie sich damit dann geht mich los ich denke ich bin ein bisschen zerpackt bei ihm ja mit x tschüss ich check's nicht was machst du da bei mir fliegst du einfach bei mir fliegst du einfach die ganze zeit komm her weg bleib weg bei mir fliegst du immer die ganze zeit und kennst gegen die luft ich sehe gar nichts mehr mal und du pranksst mich ich selber nichts mehr als ist ich habe screenshot gemacht ich muss dich nach belassen Oh Der Dominik Viver, Viver Ne 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 ne, der Noctiv Bye, have a beautiful time Der Noctiv, der Noctiv mit Mia NIE NIE Trotzdem würde ich sie nehmen, denn du hast n kleiner Trailer Wacht ja, wacht ja WsimALOCH deinen Insel ist wieher Insel ist ein Karma gewesen wollt' ta Oh Drehs rein OH NE Not so gut nicht gut compel Ich finde es wenigstens lustig. Ich finde es echt nicht lustig. Ich aber. Das ist schön für dich, das ist doch bei dir selbst. Das Spiel macht Spaß. 6-1, nein! 6-1, bleh! Was war das? Der Stahlträger dachte so, ich hau dir auf den Kopf. Was war das? Kachbara! 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 Oh nee, ich stehe da den Tod reißt! Halt's mal! Ich bin der Billy! Mach du Scheiße! Junge Bolster! Siehst du sogar hin, er findet das ist auch Faktor aufgemist! Ich konnte nichts dafür! Nee, gar nicht! Ja, ja, aber es war kaputt, das ist dafür, ne? Mano zumindest, das kann ich in diesem Spiel keine Powerbomb kassieren. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht die Bolster? Was ist denn die Flüsse, ey? Hörbom! Verpiss dich, gell? Denk dran, hier mich zu klonen, ey! Hörbom! 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 Was war die tot?! Hallo! Was ist los? Ich wackele bei dir! Ich wackele bei dir! Wackele! Bollster war mir schon ex. Wackele bei mir weg! Das war ich auch K.O., obwohl du mich nicht geboxt hast, Malo! Fgangle eben bei dir gehabt, dass du auf dem Boden lax und rauslaust! Hä? Le maple hat mich bei mir direkt runtergelaufen! Siehst du? Wärgst du jetzt halt nicht Franker! Nicht Franker... aber jetzt erst zwei erfolgen da wollte man sollte wollte sich ja ich auch jetzt habe ich auch gerade bei ihm ich bin auf die werbetafel nein nein scheiße ich habe dich nur festgehalten ein bisschen mit mir runtergefallen du hast mich hochgehoben richtig rubschubsen dein kopf ist weg ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe das war mit deiner bin ich schick mir mein kopf ist keine schrubblige scheiße mit zwei phasen deine mutter ist eine birne ich habe einfach den kopf abgerissen wo er schon die verpospelt hat und mit dem geben links gibt die kirk hoch ich bin seit der ich hier schoko ich sehe die dir schon will ich einmal wissen mal er hat sich runtergeschmissen egal ich werde ich ich werde ich wie wir haben so das war ein Schuss hat den Kopf gegriffen du hast mich weggeschmissen dann war ich noch kurz auf dem Boden ich hab dich weggeschmissen was war da los ich hab ich hab also geht es um okay bei mir mag ich wieder greifen mein Mann wieder alle die Steuerungspark ich kann nichts machen wo ich gerade bei euch habe ich hab heute gesteimt aber halt Polster du hältst alles Polster du hältst alles ich sc אותו ich helfe ich helfe euch ja wieso ich dann verbessern Ich hab seinen Kopf gegriffen! Ich helfe euch! Oh fuck! Fui! Das war ganz lustig! Ey, Polter, wär's sein Helm gewesen, wär's noch schlimmer ausgegangen! Börek natürlich! Börek, 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 Börek ich mache misterio ich mache beim sport übernehmen dem ich habe eine bühne weg gehauen nein 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 dominik ich habe ich wollte die steuerung testen hat das war er hat sich gegenseitig bei mir die kopfmuskel geben und sind beide runter gefallen ich habe es verkauft und den buch geben da war er betreibt aber dann bist du runtergelaufen hatte wollte das mich halt mit die steuerung test nicht immer was testen auch wenn er unsichtbar im kopf 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 Polster, bei mir ist gerade dein Kopf aus dem Plakat rausgekommt, der ist aus dem Boden geflogen und dann ist dein Kopf einfach mitgeflogen. Ja, das meine ich, das habe ich bei ihm, ich habe ihn so hochgehoben und dann ist sein Kopf weggeflogen. Alles klar, guck mal, mein Kopf darfst du dich auch so... Oh, der ist so klar! Mann, ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert. Ich wollte nicht greifen und den hochziehen und den runterschmeißen. Bei mir ist von Anfang an den Boden runtergerannt, auf einmal kommt der Kopf aus dem Plakat raus und der Kopf erspringt einfach hinterher. Nein, 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 nein! Wir müssen mal wieder Fleischwolf nehmen. Fleischwolf war doch immer cool. Chicken Wings! Der Larry stand einfach nur dann und hat gewonnen. Hey, wir müssen mal wieder Fleischwolf nehmen. Fleischwolf war doch immer cool. Chicken Wings! die bereitz oder Dinger die Laster auf Laster nehmen weil wer weiß was bei den Backe ist was ist das, Alter? Leute, Lass, äh, Dinger nehmen, Laster was bei den Backe alles bei Laster passiert ich hab Markeo mit Bolzer gemacht ich hab Markeo mit Bolzer gemacht hast du's gesehen? komm jetzt bitte zufällig spielen ich hab's nicht gesagt Laster ja, Laster zufällig Laster zufällig Laster Fleischwolf beides Fleischwolf wir machen erst Laster und dann Fleischwolf Fleischwolf erst Fleischwolf aber Laster ist lustig Laster ist lustig Laster ist lustig Laster ist lustig nein, ich will nicht der Opa sein ich will doch nicht mehr der Nackte sein alter Ich bin der Pitra Ich bin der Pitra wie Media ich bin der Pitra oder trememis bin ich 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 bin hitler und den aller ist der klinik ja der feld noch der wort dran mit da liegt ich habe mir dann jetzt das doch aber danach noch mit fleischwoll jetzt so der lasterplätze ich hätte euch alle geht von meinem laster und hat es weit ich verkaufe ich verkaufe doch nur ente, was ist daran so schlimm durch den namen kennt jetzt jeder das geburtsjahr seiner mutter durch das sich dein name kennt jetzt jeder das geburtsjahr deiner mutter das von meinem vater aber auch jetzt wissen dass alles von dem vater ist ich habe gesagt und schon hat der letzte zuschauer abgeschaltet ich habe dir direkt einen facepunch gegeben aber ich muss ja auch erst mal ne so einfach kommst du mir nicht davon hey wir müssen mal so ein paar runden im ring machen machen wir so wirklich weh ich will dich in den fleischwolf ich will dich auf Archeon Archeon der liegt daneben er fliegt aber weg er fliegt aber weg auf er hat er hat er hat er hat er hat er hat auf dem mann ja auch ja auch auch auf dem Weg ja auch das ist was ist das ist das nein warte warte du musst rein Spaß da hab ich Bock euch zu spielen Gute Nacht was ist das Ah Ah Meine Hand ist so ein dreckiger Junge ne ich mach das jetzt die ganze Zeit mein Gott Nein Nein Ah Karma Karma Bad Karma Ich find das witzig Ich aber nicht Ich aber nicht Ich aber Ich aber nicht Ich aber nicht Ich aber nicht Ich finde das hört damit auf Ja Polster hör auf den hoch zu halten und dann zu töten Das fuckt wirklich ab Nein Spaß Sonst machen wir das jede Runde bei dir oder Team Wir gegen dich Okay Okay Wuuuuh Er hat gekonnt hat Er hat gekonnt hat Ah Er hat Ich hab beste Ah 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 Nein Klingo Hallo Ich lebe noch Ich lebe noch Lebe noch Nein Nicht mehr Nicht mehr Nicht mehr Au Mann liegt vor dem Laster Oh doch nicht Schoko so gut Doch Paum Oh der stinkt wieder Oh der stinkt wieder Malin Warum spawn ich immer vor dir Ich lebe noch Ich lebe noch Ich fetz dich komm her Komm her Ich fetz dich Oh 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 Wenn ich runterfalle dann bin ich tot Weg hier Oh Ja Ich hab ihn geshopst Was Oh Was Ich lebe noch Ich hab ihn noch nicht mein straßenschild Bei mir war kein straßenschild Boilter ist im container der Wixi Ja schon Bei Ja schon war man bei dir deinem straßenschild Nö Ja Ich bin mir einfach runtergefallen Bei mir auch Bei 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 mir nicht Schlawiner lebe noch Weggeschwubst Ist da jemand in meinem Blaster Eil 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 Nichts Not Ich Mö Eil 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 力 Ja Wo Begroß blowing Eil Eil Oh nein! Oh nein! Ich lebe noch! Er ist durchgegangen! Leute! Ich hab'n Fehler begangen! Fisch gut! Oh ne, bitte nicht! Tschüss! Sooo! Okay, perfekt! Perfekt! Du hast grad richtig rumgebackt! Das hab' ich grad gemacht! Mal, hast du gesehen, was ich gemacht hab? Oh! Hahahaha! Hör das auf so! Hör das auf so! Ich sag so, oh oh! Das hört halt eins zu eins so aus, wenn du so hoch guckst! Hallo, ist da jemand? Guck mal, ich guck so hoch! Oh oh! Ich sag so, oh oh! Okay, oh! Ah! Ich lebe noch! Ja, viel Spaß unter deinem Reifen da! Ich kann meine Hand nicht mehr bewegen! Nein, ich lebe noch! Ich häng hier unten am Reifen! Nein, 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 nein! Ich lebe noch mal! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! das war bei mir auch so dann will die hand nicht greifen hat mit dir das auch ja es hat ich auch gerade ich konnte am reifen mich nicht mehr wegpacken warum spiel ich immer vor dem alle ich will diesen grau mit da liegt jetzt mal okay und das tod bin ich nicht doch bist du was ich bin tot ich bin im container man sieht dich da weil du so scheiße pink bist ich habe doch sogar den klang gehört schoko lebe ich noch ja bei mir lebt so noch stimmt bei mir lebt ich lebe bei dir gar nicht mehr doch liebst du eine tee ja knoll ist wieder da hallo ich habe ja du scheiße hä, boll es bei mir und ich weiß, seh den nicht haa, i have your foot gundula 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 weißleder gundula nicht verpressiv äh 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 ach du scheiße nein tschüss ähh warte NEEEEIN NEEEEIN BAM Achso, ich dachte, ich habe ihn, weil wir gleich aussehen. Ich lebe doch! Oh, du hast doch nicht das, was der Quäste war. Die Tür ist mir gefallen. Du bist vom rechten Laster abgefunden. Mein Link war nicht. Was? 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 Gondola! Ich bin bei mir durch den Laster gefallen. Gondola! Ich bin bei mir durch den roten Laster gefallen. Ich habe das auch gesehen. Wie ist die Tür vom roten Laster im blauen Laster? Was? Was war bei mir nicht so? Marlon, warum ist das immer so? Ich greifte den Dominik an. Dominik! Nein, bye, I have you football! Oh! Das ist nicht der Lecker! Boah! Was? Oh nein! Nein, das ist falsch her! Oh! Hoppein! Nein! Nein! Elf mehr! Lass mich doch los, Mann! Elf mehr! Gondola! Gondola! Bhood in den Boots! Wer war isli da? Hu Pig! Gondola! Bäh!!! Und noch verpisst nicht! For Dominik!! Du Bon Nawal! Boller! Du Bon Nawal! Und MiBollter zieh mich nicht mit in den Pooot! kommen jetzt aber wir müssen mal ums boll ich immer vor die das wird ich habe blühe blühe kommt ich kann meine Hand nicht aber rutschen ich habe ihn 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 oh das hätte ich so sehen müssen bei mir schwebst du bei mir schwebst du irgendwo außerhalb du bist in der Erde du bist tschüss du bist tschüss du bist tschüss ja der ist im Boden ja der ist im Boden oh oh ich bin unsichtbar ja 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 ich bin ich bin mit dem double backflip runter gefallen ja ich bin ich bin mit dem schaffst du bist vorsehlich in der anderen position du bist bei mir unsichtbar ah ich schwebe ich schwebe du bist bei mir direkt runter gelaufen ah ich kämpfe gegen unsichtbar den Gegner ich bestäufe den unsichtbar den Gegner lass mich mal los du Pack Ich beschäube dich! Bist du ihn tot? Du warst unsichtbar, deswegen muss ich dich greifen! Volle krass erreichst du Gundela! Manu, du warst bei mir unsichtbar, du bist direkt runtergelaufen! Ja, aber Biba, du wolltest auch, dass es unsichtbar ist! Wir haben uns ausgetauscht, Bruder! Wir haben uns ausgetauscht! Er hat sich wieder abgebrochen, er hat sich wieder abgebrochen! Wer? Kinder hat sich wieder abgebrochen, Solle! Ey Leute, jetzt war die Fail-Extra! Hallo! Ey Junge, du hast mir meinen Auftritt versaut! Gundula Weißle, da bist du's! Gundula ist hier! Der hat mir eiskalt meinen Auftritt versaut! Ach du Scheiße! Nein! Alles gut da unten? Alles gut da unten? Nee, ich krieg Top-Landfälle! Alles gut da unten? Und du sagst auch tschüss! Tschüss! Und du sagst auch tschüss! Was ist das für die Mannschaft? Ich hab auch für die Knolle! Mann ey, das war so nicht geplant! Ja! Ja! Mala wollen wir uns wieder austauschen? Oh! 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 Du dann nicht leben! Ich leb' noch! Glaube ich! Oder, leb' ich noch? Ja ich leb' noch! Ja ich leb' noch! Ich muss hoch! Ich seh' nicht! Die Tür ist im Weg! Was? 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 Ich hab' den Laster! Oh! Mann, und ich seh' dich! Mann, und ich seh' dich! Ich seh' nur die Tür vom Laster und das, was da drin ist! Die AYM! AYM! Ach du Scheiße! Hallo! Naja, helf mir! ich kann mich nicht Ich seh nichts! Bitte helfen sie mir! Oh, ich seh wieder was. Dankeschön. Zeig mal. Mach doch die Tür zu! Krieg ich mal noch mal hin? Wie krass das aussieht? Leid die Tür, geh wieder zu! Wie leid die Tür? Wer ist? Nein! Digga, ich häng die ganze Zeit unten am Laster rum! Oh Schock! Jetzt bist du am Anfang wieder. Ich lebe noch! Ich kann meine Hand nicht benutzen! Du Wichser! Oh, ich kann meine Hand nicht benutzen! Oh Schock, du dreckst die Tür! Hallo Marlon! Du auch hier? Ich surfe das hier? Ich habe gesehen, was in deiner Hand war! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bitte wenigstens punkten! Ich kann mich doch nicht so beschämen lassen hier! Ich bitte! Oh nein! Erst hattest du die Meisten, jetzt wirst du die mitreden! Oh! Bye, have a real full time! Oh, du scheiße! Komm, hopp! Hoch da! Wir chillen hier ab, komm doch vorbei! ich bin ich habe mich einfach an der wand feste kannst du mich nicht rausholen ich bin fast auch noch gestorben vor euch ich bin dann mal weg ja da sind wir schon zu zweit ich fühle dich ab okay jetzt lassen wir uns langsam runter was geht hier ab und geschafft geschafft ich bin rein ich bin rein im roten lasser dann bist du tot er ist im blauen laster drin ich weiß nicht mehr wo er ist ich seh ihn nicht ich bin eine leere mülltonne du mülltonne so du musst mal jetzt über die gerätschärten